Malzeit, liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, ich wurde getaggt vom Filmfloor zum Little Nightmare Tag. Das ist ein Tag, wo man seinen schlimmsten Albtraum zeigen sollte als Kind, den man da hatte. Ja, mache ich mit, bin ich dabei und ich tagge auch gleich drei weitere. Ich hoffe, ihr macht auch mit. Einmal den Dustin Bt, den Pat Stronger und den Dominik vom Kanal BeatDaysTV. Viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut! Sie fliegen ganz hoch. Und wenn du auch hier unten wärst, mit mir zusammen, dann könntest du auch fliegen, George!